Hallo meine Lieben, ich bin Michael Merhi und ihr habt euch sicherlich gefragt, wo ich die letzten Wochen verschollen war. Ich habe die abenteuerlichsten Geschichten gehört von euch oder eure Spekulationen. Naja, liest es selber in den Social Media. Aber mir geht es gut, ich war nur ein bisschen krank, jetzt bin ich wieder back in the office. Und mit meiner Rückkehr natürlich gibt es gleich wieder etwas Großartiges zu feiern oder anzukündigen. Und zwar unser Weihnachtsspecial 2022 und darum geht es. Wir vergeben ab einem Bestellwert von 100 Euro 25 Euro einen Gutscheinrabatt. Siehe da oder da oder da, je nachdem wo der Karl das platziert. Und bei einem 50 Euro Verkaufswert bekommt ihr 10 Euro Gutschein. Khaled, hier hin bitte. Okay. Also meine Lieben, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr jetzt den Weg zu unserem Shop findet. Wir haben euch das ganze Jahr beschenkt. Es gab jede Menge E-Books für 99 Cent, aber es gab auch hunderte Taschenbücher für low. Und da würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr uns dieses schreckliche Jahr Corona slash Ukraine etwas versüßt und etwas bei uns einkauft. Ihr müsst nicht unbedingt den Gutschein benutzen, wenn ihr sagt, okay, so viel will ich jetzt aber auch nicht ausgeben und ihr wollt nur zwei Bücher einkaufen. Das ist für uns wirklich ein ganz großes Weihnachtsgeschenk an uns, dass ihr uns auch ein bisschen beschenkt. Da freuen wir uns riesig darüber. Ja, geht in den Shop, aufgepasst, Neuerscheinungen sind von dem Gutschein ausgeschlossen, so wie Sammelkarten und also alles, was coming soon ist. Mit dem Gutschein bekommt ihr nur das, was wir auf Lager haben. Und das sind so gerade mal 250 Artikel und mehr, also keine Sorge. Die Auswahl ist, voila, riesig und wunderschön. In diesem Sinne, wir sehen uns noch bis zum Ende des Jahres ein paar Mal, aber in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, angenehme Adventszeit. Du hast vielleicht noch vergessen, der ist eine Woche gültig. Ja, wichtig, ganz wichtig, Khaled, mein Regisseur, Boss und Aufnahmeleiter. Ja, ihr habt ihn gehört, die Gutscheine sind nur bis zum 24. Dezember gültig. Das heißt, wenn ihr jetzt direkt am 24. bestellt, bitte keine E-Mail schreiben, wo bleibt mein Paket. Es muss verschickt werden, dann ist es halt nach den Feiertagen bei euch da. Also, meine Lieben, viel Spaß im Redrum Shop und lasst die Kasse klingeln. Tschüss.